Kacki Luke Boah, das fand ich auch mal kacke, was? Damals? Das hab ich nie geguckt Ganz schön von Anfang an scheiße Ich find so Cowboys aber auch echt gay Auch damals schon Na gut, zu Fasche genau Ganz schade Hab ich mich immer als Cowboy verkleidet Wir waren immer Ritter alle Und haben uns mit diesen Holzschwert auf die Finger gehauen und so Wie zappt da alle krumme Finger Naja Die sind schon ein bisschen Das ist ja normal, ne? Oh, Outside noch Und Inside Sind die EFK oder was? Mh, ne Aber die sind ein bisschen spät losgelaufen Nice Und der andere ist ja oben im Okay So, noch 3 Die erste Runde an die Minadis Stimmt, wir sind die Minadis Über 1 Jetzt starten die Minadis Ne, Jordan Honda Jordan Mugen Honda Ich geh hier rein Oh! Was machst du denn da für'n quatschen? Irgendwie bin ich da hingeblieben Dann fängt mir nochmal schön in Zeitlupe Ah, nice Die absolute Zerstörung Jetzt können sie gleich kaufen Ja Egal, es sind nur noch 2 Runden, als ob wir die jetzt nicht schaffen Selbst wenn wir danach verlieren würden Ja, wenn wir die 2 Runden nicht schaffen, dann verkaufe ich meinen Knife und Donate den Scheiß dann an SS-Kinder Offiziell jetzt Ah, ich hab's doch aufgenommen Also, ne Da hast du ja gar keine Zweifel Boah, ey Junge, der war richtig geil Siehste? Jetzt planten Er ist Inside Alter, das ist Das ist arguably Der schlechteste Spieler, den wir bisher encountert haben heute Lucky Mike, oder was? Mmm, ja Oder sein Zeit-Kick Ne, äh Wos- Sein Zeit-Kick WOS-DAF Beide schon mit null Kills Insgesamt WOS-DAF Moskau Das klingt auch schon wieder so Ne Ja, wir essen viel Teigwaren und so Wo, wo? Ah, äh, outside Ah, A-R-U-G Scheiße Ja, rechts, da hinter dem Haus Also, ja Muss ich mal gucken, wie ich hier rauskomme, ohne noch mehr Türen zu öffnen Aber mit der MP7 Aber natürlich jetzt schon einen entscheidenden Nachteil A-R-U-G Ah, da hinten war er Beim, beim, beim Ja Jetzt ist er da, oh Ich hab die nicht mal gesehen Beim Haus war er Okay Ach, müsste, man kann ja auch komplett durchgucken Das haben wir bestimmt auch Noi Was hat denn noch lebt? Pass auf, outside sauber, Anna, Anna Ja, war klar Das hätte ich heute Ja, ich musste committen Der ist auch fast verreckt So, dann orb ich die jetzt Okay Ich glaub ich spiel aber nur Duels Ne, Spaß Wart einfach mal Duels Die ganzen Ich hab ihn angehitet Okay Würde ich behaupten Ich hab ihn geflasht Ich hab ihn geflasht Wo? Du hast ja noch getötet, ich weiß ich nicht Achso, outside, ja Wo ist der andere? Ah, ich hab ihn geflasht Ich hab ihn geflasht Renn einfach zum Haus Ich hab ihn geflasht Junge, ist der schlecht Oh mein Gott, ist der scheiße Ja, das ist der Das ist der Der hat null Punkte bisher Alter Ich hab halt vier oder fünf Schüsse gebraucht Bis ich ihn endlich getroffen habe Und es war ein freies Feld Wie hat der die Missions auf Silber bekommen So kacke wie der ist Ach Junge, ja Gute Frage Ah, ich weiß ganz genau Wo du vorhin nicht durchgekommen bist Wo die Balken ein bisschen schmaler sind Mhm Ganz genau So, nur noch der schlechte Niemand will das erste Opfer von ihm werden Ja Weil die wissen die Wette Wer von ihm getötet wird Muss dem anderen einen Heiß kaufen Ich hab ihn angehittet Für macht's hier nein, ich hab ihn angehittet Okay Er hätte tot sein müssen Er ist im Haus Er war am Fenster Fünftig ist bedauerlich Hier in der Etage Hier in der Etage Ja, ich hab ihn angehittet Ja Wo komm ich da denn jetzt rein? Er ist da ja auch irgendwie drin Oh, er ist oben Ja Ich wollte es nämlich grad sagen Er könnte auch jetzt da sein Hä, wie ist er denn da reingekommen Verdammte Scheiße Oder hat die Tür wieder zu geschlossen? Das Fenster Pass auf, er ist oben, ne? Er würde wahrscheinlich schon durchluchern Irgendwo Vielleicht ist er auch in dem Backroom hier Irgendwo Ich muss ihn ein bisschen beeilen Ich muss ihn ein bisschen beeilen Er muss hier jetzt ein Ja Als ob, wo ist der Wichser? Hä? Jetzt komm ich da entweder nicht mehr hin Ich muss den jetzt irgendwie killen Alter, er ist komplett mit dir gespielt Ich häng hier fest Mann, warum kann man denn Wo ist der? Er hat komplett fliegt Alter, so ein Arschloch Ne, das mach mich doch jetzt wüten Alter Das mach mich, das mach ihn fuchsig Ja Ah ne, ich hab Geld für die Orb Ich könnte mir natürlich noch ne Orb kaufen Und los geht's Ah, ich hab keinen Dings gekauft Keine Rüstung Doch hab ich Hä? Also Alles gut, alles gut Sogar ich wusste das Äh Padio Ja, zwei Headshots Plötzlich hat er angemacht What the fuck Ich beforte den So, ein Hack Aber gegen eine Orb Kann halt auch Ein Hack nix anrichten Ja, wobei ich den ersten Schuss auch Wieder komplett verkackt hab Als plötzlich geleckt hat Der Typ konnte vorher nichts Und gibt mir zwei Headshots Auf die Entfernung Mit der A4 Ist ja schon ja weird, ne? Nein Ah Äh, lieber reporten Und dann war es nichts Als umgekehrt Der andere hat nen Diegel Hab ich gerade gehört Es ist ja Einfacher als seinem Baby Den Schnuller wegzunehmen Hehehe Er war dem schon, ey Ohne Scheiß Ah, ich weiß, wo er ist Ich steh komplett unten Komplett verschossen? Das hat aber Ein Magazin gebraucht Wenn's eigentlich auch nur Einen Schuss hätte dauern dürfen Sehr, sehr schöne Runde So, das hätten wir mal beim ersten Match schon haben müssen, ey Da haben sie Minadi schon wieder Hier aufs Podium geschafft Boah Minadi auf dem Podest, ey Eventually Ah, klingt trotzdem Na aber Alpha Tauri ist ja im Prinzip Minadi Die haben ja sogar mal gewonnen Bis zumal der Tore war auch so Hinter, hinter mir Äh Ich knife den, ich knife den Lenk ihn ab, ich knife den Ich... Nnnnnnnn Mit seinem komischen Skin, den er extra Gekauft hat Wahrscheinlich, weil er die Missions nicht geschafft hat Naja Und dann den Igles aber Dann hab ich die gekauft Ich kauf jetzt mal ne Farmers Weil ich da die Rollcage hab Aber ich wollte die auch grad machen Und dann lass doch hier aufhinein Hehehe Ich hab einfach mal jetzt übers Haus geflasht Einfach mal so Ah, war super Entscheidung Wir haben direkt nen Headshot bekommen Boah Gott Alter, ich hab mich so erschreckt, dass ich im Chat war Der war unten und ist die Treppe hochgelaufen Ach, hier ne? Ja Holy fuck, Alter Ach, Junge Der hat deshalb gar nicht geraten The fuck Jetzt die mal lieber genommen Weil ich hab nämlich kein Muss ich wohl oder über die 490 spielen Achso, ich wollte dir jetzt die Dings geben, aber gut Ah, egal Pass auf AOG, da spielen die ja auch immer Aber AOG weißt du wer Spasti ist? Ja 70 in 3 hab ich ihm gegeben Okay Oh oh Oh, ist ja schön ne Runde auf jeden Fall So So spielt man das nämlich wenn man selber eins ist Ah Oh Oh Oh